Ich habe aber mit Leben. Hier wird es eh ziemlich schräg, was das ganze angeht. Ich kann mir da dann den großen Park bauen. Die waren ja manchmal nur eins. Oh und noch Dings kann ich dann bauen. Hochschule, äh Oberschule, glaube ich. Uni? Ich baue schon mal hier eine Uni hin. Ich sehe hier hin. Oberschule hin. Zwei Grundschulen. Ja, ja. Wir fangen dann an hier mit. Nicht besiedelt. Da muss ich noch gucken, dass ich hier genug... Ich schieße mal hier. Basketballplatz. Haben keinen Tennisplatz? Okay. Torismus. Wo ist denn hier der... dieser gigantische... der war das. Kommt ja eh weg. So. Ähm. Oh, ich könnte ja anfangen mit... einmaligen Gebäuden. Oh, den könnte ich... Nee, könnte ich nicht. Passt auch da nicht. Kann ich den hier bauen. Kann ich den hier bauen. Space Gelände. Na toll. Ähm. Ach so, das ist ja auch Entertainment, ne? Dann kann ich hier darum rum... Entertainment Business Gebiet bauen. Genau. Weiß nicht. Wintermarkt. Weiß nicht. Wintermarkt. Eie. Mach ich hier mal mitten rein. Ist auch wurscht. Gut. Bauen sie den Hafen. Naja, Dienstleistungsgebäude kommen noch. 300. Hochgebildet. 25%. Da bin ich auch dran. Na ja, gut. Bing, 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 bing. Wäre ich ja eigentlich mal interessiert an... Ohne... ohne Gebäude... oder sonst irgendwas ist das hier schon... Prime Real Estate. Interessant. Ja, jetzt braucht ihr erstmal allesamt Strom. Das ist mir schon klar. Jetzt könnte ich nochmal gucken... Das ist noch ein kleiner Platz. Den können wir... hier entstellen. Damit solltet ihr zufrieden sein. Ein wenig braucht da noch einen hin. Und die Sache ist halt die... Die müssen auch eigentlich entertaint werden. Die sind auch nicht so... heavy wie die anderen. Na gut, die sind mies drauf, weil sie an der Autobahn sind. Könnten wir jetzt mal behaupten. Das können wir hier nochmal an... Ich weiß nicht, den Hundepark hinter die Müllhalde stellen. Und... Das ist gigantig. Das ist klein. Dich nochmal auf. Das ist natürlich... Naja. Faktor. Faktor. Schwere Zwitscher. Who cares? Okay. Verlassene Gebäude. Kaum Leute da. Was sagt unsere Info? Naja. Wir brauchen so knapp 3.000 Leute. Wie wär's denn da mit... Nachschub an Leuten? Klären wir das erstmal hier. Und dann... RABANG! Was ist denn in der Mitte? Ich weiß nicht, was ich nochmal frei für verschiedene... Krematorium kommt ja auch noch. Ähm... Hier kann man garantiert noch eine Arztpraxis reinsetzen. Ähm... Irgendwer hat... Wasser pro... Ihr seid auch die einzigen in der ganzen verkackten Welt, die das hinkriegen. Naja. Naja. So... Verlassene Gebäude. Jaaa... Ich brauche hier erstmal... Oh, jetzt habe ich natürlich hier die Verbindung gekappt, die da mal bestand. Jetzt brauchen wir hier ein Haus. Oder da ein Haus. Und dann ist das wieder Tutti, aber bis dahin. Gut, ich könnte auch einfach noch eine... Hüpfburg reinsetzen und zack, haben alle wieder Strom. Und alle haben super Laune. Ähm... Was ist eigentlich mein Plan? Mein Plan sagt, da können noch Gebäude hin. Das bedeutet... Dass du weg kannst. Und dass du komplett... Jetzt... Abgesehen von der Reihe... Ich bin schwer rein, dass du die Belustigungsindustrie zubauen kannst. Dann... Quasi dasselbe hier nochmal. Also ich muss ja... Und jetzt könnte ich natürlich ein Gebiet schon... Äh... Ein Gebiet festlegen für Vergnügen. Wieso mache ich das nicht direkt hier? Neben dem Space-Ding. Na ja, dann mache ich das so. Dann wird das ein riesen... ...Tourismus-Ding. Hm. Ein riesen Tourismus-Ding. Natürlich gucken, dass man die in die richtige... ...Dings schiebt und so weiter. Gut. Dann... Ne... Ich nehme auf die Gebiete. Freizeit... Das ist eine Spezialisierung. Tourismus. Und dann gehe ich hin... Neues Gebiet. Das ist ja ein Gewerbegebiet von daher... Naja, da kann ich noch... Das ist hier irgendwie. Dann ist das hier... Links und das ist Freizeit. Okay. Okay. Ähm... Dann müsste ich noch Wege bauen. Entsprechende. Und dann haben wir hier Tourismus und da Freizeit. Das passt wunderbar. Ähm... Auch direkt... ...Schwerer... Das macht ja eigentlich auch keinen Unterschied, ob ich jetzt... ...den einen Streifen hier... ...mache oder nicht. Und jetzt haben die... Was? Gebäude Leerstand. Ups. Feuerwehr... Soll ich vielleicht noch eine Feuerwehr hier hinstellen? Mal... Eine Feuerwehr ist da. Ja... Au... Ja... Ich hab... ... jetzt grad mal... ...ne Menge Zulauf. Äh... Große Stadt. Jetzt seh' ich grad was, was mir nicht passt. Und zwar... Zweispurig. Das ist schon mal generell falsch. Und nicht auf dem Dings. Und wenn man's jetzt... ...biegt, dann... ... ...wird's besser passen. Ähm... Ja... ... ist halt... Naja... Oh-oh... ...nicht gut. Warum? Oh... Oh... Kann ich die gerade rauslöschen? Ich kann die hier... ...dann sich das soweit... ...erst mal löschen. Und die dann von hier... ... nach hier... ... ... müsste dann eigentlich... ...hoffentlich... ...überall Strom hinbringen. Was sagt eigentlich meine Müll? Ah! Müll ist... Müll sieht gut aus. Wir sind davon, dass die hier... ... ganze Weile brauchen, um erreicht zu werden. Ähm... ...aber theoretisch ist das nur die Distanz. Alles andere sollte kein Problem sein. ... 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 ja genau Autobahn hier aus hier aus da rein da ich definitiv da noch ein Abzeug brauchen und die Mautstelle ist dann für die, die hier rüber fahren nicht so, dass ich da dann mir was an Profit entgehen lassen will Strom ist natürlich jetzt eine Sache Wasser ist da natürlich das ist dann halt auch die Sache, dass ich dann die Zulieferung aus dem Industriegebiet hier rein habe ohne größere Probleme keine Straßenanbindung keine Straßenanbindung mehr hatte ich jetzt hier schon ja, hatte ich schon festgelegt ah und das war dann der der Teil, der von der Stromleitung in Anspruch genommen wurde und noch wird, aber das ist dann eigentlich wurscht so viele Jobs fehlen gar nicht mehr und wir brauchen trotzdem noch Leute mehr Leute und dann Bildungseinrichtungen ja das dachte ich mir schon Grundschule, Oberschule, Uni Bibliothek ich kann auch die Bibliothek hier hin bauen wenn ihr unbedingt wollt dann habt ihr ich meine es haben Zugang zu einer blöden Bibliothek aber 35 Leute benutzen die in der ganzen Stadt nur ähm ja oha ist mein Straßensystem so daneben dass die Feuerwehr Ewigkeiten da hin braucht muss ich mal gucken die Leute müssen erst zur Feuerwehr hin da fährt eins raus ansonsten aber ist das keine Berufsfeuerwehr sondern einfach nur eine ach dang it wird also heißen es wäre sinnvoller jetzt könnte man noch eine ach so hm eine große Feuerwehr hier hin bauen zusätzlich ja dann kriegt ihr zwar gute Laune aber da ihr nicht verbunden seid was ich jetzt noch machen muss äh das ist ja eigentlich wirklich so und jetzt müsste das schon ganz anders aussehen zack Problem ist das Ding hat kein Strom dann müsste ich noch mal gucken Bürogebäude machen wir mal da hoch obwohl eigentlich ich brauche ja noch irgendwo Industrie obwohl da habe ich Industrie dann baue ich da weiter Bürogebäude ich habe ja eh eine Menge Bildung on the way wenn man so will und Bürogebäude sind eh alle voll ist ja dann eher so dass die Industrie nicht unbedingt will wir haben weiterhin ein Müllproblem oh ja jetzt haben wir wieder den klassischen Stau von Müllwagen damit und wenn ich einen Bogen baue der hier rüber geht weil mir einige schon okay vielleicht kriege ich es tatsächlich so gebaut dass die richtig fahren oder so fahren wie ich sie brauche weil die zwei fahren geradeaus das ist nur eine Abelspur so und wenn ich die jetzt noch das bekommen könnte ja wunderbar fast wie geschmiert ich meine es halt durch die Müllautos ist hier halt eine elendig lange Karawane die ja jedes Mal fährt oh so viele Müllautos warum wechseln die alle da können auch hier noch wechseln naja jetzt fahren sie alle oh shoot ich habe ja Solarkraftwerk ich habe ganz vergessen ich brauche noch eine direkte Abfahrt für meine Müllautos quasi 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 ja das ist alles noch was ich vergessen hatte okay das heißt Müllautos können jetzt auch hier abfahren obwohl die sind alle in der richtigen Richtung na gut mal sehen wann die ersten checken dass sie hier lang fahren können ich meine die ersten haben es wahrscheinlich schon gecheckt und die Route so geplant aber naja da kommen die ersten zack 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 und schon sagt mir nicht dass das hier mit Ampeln geregelt ist grad damit neuer Wege gebaut zack Ampeln und da hinten gibt es keine Ampeln da hinten gibt es keine Ampeln da das zweispurig ist sollte es auch eigentlich funktionieren ohne größere Probleme was natürlich dann hier welche sind oh die fahren ja eh nur eine Richtung hier lang dann kann ich die zweispurig eine Richtung machen weil dann können die sich direkt auf warte ah ne die haben Verbindung zu anderen der fährt komisch der fährt hin und her naja so aber jetzt können die hier definitiv zweispurig fahren wenn sie es brauchen und die Trucks die auf hier die Seite fahren fahren dann halt auf die Seite also alles tut die was sind das überhaupt Kartonfabrik am Arsch ist das eine Kartonfabrik das ist ein Lager wie angegossen ja ja das brauchen wir Bildungseinrichtung Schüler was ich habe oh Grundschulen natürlich ähm ja es ist halt sobald du die Sobaus äh dicht besiedelt baust ist alles vorbei dann brauchst du Grundschulen oh mass bis die überhaupt irgendwo mal ansatzweise glücklich sein können gut Oberschule Uni ist noch genug weil ich zwei gebaut habe ah ein Krematorium warum nicht baue mir ein guck mal das können wir hier hin bauen bauen wir ein Krematorium eins hier hin und eins in hier das Gebiet rein weil das absolut nass ist was da an Leuten hier hier sterben ist schon verrückte Sache okay äh kann ich mittlerweile eigentlich ja kann ich da war ja der Plan hier das zu kaufen und hier weiter zu machen wow ich meine das sind Müllautos von haufenweise neue Leute ich meine so wie können wir sieht gut aus sieht gut aus müssen fast schon Bildungseinrichtungen ich hab jetzt geguckt Bildungseinrichtungen sind noch mehr Grundschulen es ist so bescheuert weißt du hier hast du drei Stück reingestellt und die sind voll zufrieden ah ja jetzt fängt es an Oberschule noch eine wollen wir noch eine Oberschule hin ich meine Uni ist natürlich voll voll da Bildungseinrichtung dumm ich auch so Transport ach stimmt ich wollte ja mich mal um die die hier kümmern ähm so was ich jetzt brauche ist tatsächlich eine Straße die davon abbiegt mit einem Autobahn zu bringen so und jetzt quasi ist nicht ungefähr so weil ich plane mehrere Zugbahnhöfe dafür brauche ich dann sagen wir mal Fahrradstrecke so machen wir alles mal aus müsste ja ziemlich genau hier sein ok und jetzt muss ich gucken wie ich meinen Güterbahnhof genau und die können gute Kurven fahren das habe ich ja schon mitbekommen das müsste tatsächlich noch klappen guck mal hier so dann brauche ich guck mal 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 guck mal